Hefte raus, Klassenarbeit. Ja, Pratzen. Ja, willkommen zu Scum. Und jetzt kam ein Hotfix raus. Und natürlich, wenn Gameplayers merkt, wir kommen mit den Einstellungen dort, einigermaßen zurecht, kacken sie erstmal wieder rein. Und bringen neue Einstellungen. Und wursteln alles auf 180 Grad rum. Auf jeden Fall, dass wir dem Kochen scheinen jetzt gefixt worden zu sein, wir werden das... Warum greife ich den Aschenbecher? Was macht das für einen Sinn? Wir werden das testen, natürlich. Ja, also, das Kochenbackfix... Kochenbackfix. Kochen mit Fix. Maggi, Fix, Back und so. Back und Knack. Hör auf. Ich bin einfach zu genial, das versteht nicht jeder. Kochenbackfix. Hör auf. So, Basebillingprobleme wurden gefixt und so weiter. Da werde ich auch mal gespannt sein. Und jetzt hier kommen... Jetzt kommen die ganz neuen Geschichten. Moment, achts mal. Ich war durch und hab immer so komisch. Das fehlt schon im Ohr. Ich weiß nicht. So, jetzt hier. Server Settings, ne? Dropship World Encounter Spawn Weight Multiplier. Kennt ja jeder, ne? Puppets 80, Tiere 19, Dropship 1. Jetzt kommt die Matheaufgabe. Wenn Base Scum Dropship World Encounter Spawn Weight Multiplier auf 1 gestellt ist, ist die Chance, dass das Dropship, äh, kommt 1 in Klammern 80 plus 19 plus 1 ist gleich 1 von 100 ist gleich 0,01 ist gleich 1, in Klammern 1 Prozent. Ist ja soweit alles da. Nicht wahr? Ne. Ist es nicht. Ich hab geplant. Was willst du von mir, Leute? Also, jeder, der Mathematik studiert hat, ist hier jetzt auf jeden Fall am richtigen Fleck. Für alle anderen heißt es, mitschreiben. Holt eure Stifte raus, ne? Ja, nicht euren Laptop, Kevin, ne? Wir sind hier in Deutschland, wir haben noch Feder, Kiel und Stifte und sowas, ne? Und wenn jetzt Friedrich Merz Bundeskanzler werden sollte, nächstes Jahr, dann werden wir in ganz andere zeitliche Gefilde wandern, ne? Geld nur noch für die Reichen. Na, für wen sonst? Man kann die Gesundheit der Dropships einstellen, obwohl, also man schießt ja dreimal irgendwie auf die und dann sind sie ja eh wieder weg, ne? Aber, was vielleicht wichtig sein könnte, äh, die Sentries haben jetzt eine maximale Gesundheit. So, ich rutsche ins Spiel, ich mache mir noch einen Kaffee, mache den Greenscreen an, ergrimme mich, dass der Greenscreen nicht richtig ausleuchtet und bin dann wieder da. Bis gleich. Da sind wir ja bei Clarissa oder was. Truppentransporterbegegnung im Stützpunkt aktivieren. Oh, jemand hat mit Google übersetzt. Oh Gott. Aktiviere Truppentransporterbegegnung, die im Stützpunkt von starken Spielern gespawnt werden. Ich bin ja nicht stark. Ich bin ein zartes Pflänzchen. Nur weil zwei Baumstämme mehr verarbeitet wurden, bin ich nicht stark. Ich brauche einfach Platz für meinen dicken Frauenarzt. Also, ansonsten hätte ich ja nicht gendert irgendwie, hä? So, Minimum Elemente zum Starten des Events 210. Ich glaube, da brauchen wir noch einen, hä? Ich weiß halt nur nicht, wie lange das jetzt dauert, dann bis das Dropship kommt, weil ich würde das dann gerne mal ausprobieren. So, Enable PoE Sentry Respawning. Ja, wenn man jetzt zum Beispiel einen Sentry kaputt macht, dass da das Dropship kommt und einen neuen absetzt, was natürlich scheiße ist. Weißt du, du haust einen Haufen teurer Munition raus, egal ob Raketen oder hier fürs M82. Und dann kommt einfach das Dropship und ersetzt den, weißt du. Ah, hier, Sentry Health Multiplier. Dropship Health. Gesundheit von Puppies. Space Building Attacker Sentry Health. Hier, Sentry Health Multiplier. Können wir das mal runtersetzen? Ganz runter. Wissen? Kriegen wir den dann auch mit dem Gewerbsatz? Ich will ja gar nicht großartig dran rumpopeln. Ja, aber das hier, das will ich gerne mal wissen. 0.01. 0.01 gibt's auch. Das heißt, da müsste jetzt mega schnell weggefettet werden können, he? Das ist der Gesundheits Multiplikator. Das würde mich jetzt aber hart kitzeln, he? Ich glaube, da brauchen wir erst nochmal, wir werden das mal testen. Ja? Das werden wir mal testen. Gibt's meine kleine Schnecke? Guck mal hier, da steht doch schon der Wolle bereit. Jetzt hab ich aber nicht die richtigen Waffen und so, den ganzen Bums. Ich würd mal sagen, wir machen heute mal, weil jetzt hier eine neue Einstellung ist, wir testen das jetzt mal. Ich werd mir jetzt ein M82 spawnen und ein paar Mumpeln. 60 Schuss. Jedenfalls war das mal so. Um den platt zu machen. Jetzt werden wir mal testen, wie viel wir jetzt brauchen. Damit wir das, also ich hab ja da schon eine Referenz. Ich weiß ja, wie viel Schuss man ungefähr mit dem M82 braucht. Je nachdem, wo du den triffst, wahrscheinlich auch. Ich hab da wahrscheinlich auch ein paar Mal im Eifer des Gefechts mal vorbeigeämmt und so. Aber ich schätze mal so um die 60 Schuss brauchst du. So, wir nehmen den Rucksack. Wir brauchen jetzt ein bisschen größeren. So, dann brauchen wir noch hier. Die Döns, Mumpeln. Die Mumpeln, gepanserte M82-Mumpeln. Ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Das sind 100 Schuss. Dann nehmen wir ein M82. Ja, der Wahnsinn hält schon einen Einzug. So, die Knarre. Ein Bumms hier rein. Achso, ein Scope wär auch nicht schlecht, ja. Raketenwerber. Ach, dass das hier nicht mal geordnet ist. Ich geb jetzt einfach ein Scope ein. Ja, da sind sie doch. So, M28 Scope Black. Na, bitteschön, mehr brauchen wir doch gar nicht. Was ist das für ein Objekt? Ach, heute wieder werden wir keine Achievements freischalten. Sehr schön, meine Schnulle. Ja. Random kriegt man die Knarre nicht. Hab ich den Bunker noch nicht gefunden, die Kritze. Das ist ja auch so mein Ziel. Was wollte ich jetzt noch suchen? Schwert oder doch? Wie so ein Gerümpel, hä? Für die Bubis. Klub. So. Und zum Glück, ne. Der Spot hier am See ist ja wirklich sehr gut gelegen. Du hast ja alles, was du hier in der Nähe brauchst. Unter anderem auch einen Spot mit Bot. Die Kleine kann kaum laufen. Guck mal hier, der Buckel. Ja, die Arme. Die Kleine. Schnulle. Was wir aber noch bräuchten. Und jetzt hab ich, siehste. Jetzt müssen wir noch einmal reinlatschen. Denn ich hab natürlich mal wieder die Schutzausrüstung vergessen hier. Jetzt wird's nämlich noch schwerer, meine Kleine. Wir brauchen nämlich hier noch Schutzausrüstung. Wir hatten irgendwo noch einen Helm. Da hast du keinen Platz mehr für irgendwas anderes in deinem Rucksack. Hier, da ist doch ein Helmchen. So. Guck mal, wie hübsch du bist, hä? Gar nicht. Weil man keine Brüste sieht. So. Jetzt geht das los. Ich muss noch kurz mal Kaffee holen. Und dann sind wir auch schon fast da. So. Käpfchen ist da. Die Reise wird ungefähr drei Minuten dauern. Und traditionell findet dann natürlich auch ein kleiner Schwank aus meinem Leben statt. Ihr wisst's ja, wie's läuft. Ja, ich war vorhin einkaufen. Ich muss auch ein bisschen aufpassen, weil meine Hühnerbeene brutzeln da im Ofen. Und an der einen Kasse, da standen die Leute an, ne? Und da war so eine Azubine, ne? Junges Mädel und so. Und das hatte wahrscheinlich schon 50 Stunden Theorieprüfung, wie bediene ich eine Kasse. Aber in der Praxis, wissen wir ja alle, sieht das alles ein bisschen anders aus. Deswegen, Theorieunterricht ist für mich generell nutzlos verschwendete Lebenszeit, ne? Am Ende ist die Praxis ja immer anders, ne? Kennt man ja vom Führerschein, ne? Und da haben sie dann eine zweite Kasse aufgemacht. Und da meinte so ein alter Sack, so 50, Ende 50, Anfang 6, ne? Irgendwo in den 80ern hängengeblieben, weil er hatte eine Jeansjacke an. So richtig schön blaue Jeans. Da ist irgendwo in den 80ern hängengeblieben. Das war wahrscheinlich seine Zeit, wo er die beste Zeit seines Lebens hatte. Und das war in der 80er, ne? So sah der halt aus, ne? Das ist wie bei Männern und Bärten, ne? Männer, die zum Beispiel so Schnauzer hatten, so Pornobalken. Und in dieser Zeit ihre beste Zeit hatten, können sich dann auch nicht von ihrem Bart trennen, ne? Weil die denken dann, ah ja, das war die schöne, gute Zeit, da hatte ich noch den Bart und so, ne? Die können sich nicht trennen, ne? Die können keine alten Zöpfe oder alte Bärte in dem Fall abschneiden, ne? Und so war der alte Sack, ja? Da hat er richtig angefangen zu tröten. Äh, ich stelle mich jetzt nicht noch mal die andere Gasse an. Wieso dauert denn das so lange? Ja, die Verkaufsleiterin meinte dann, ja, ich muss da, äh, da, äh, neuen Mitarbeiterinnen hier, der Azubine muss hier noch was zeigen. Ja, dann lass jetzt mein Gelubi hier auf dem Band liegen. Da sollt ihr, könnt ihr es ja wegräumen. Und los ist er gegangen. Ich glaube, da wählt dann aus, aus Protest dann erst mal der AfD. Ich meine, wir wissen doch alle, es nervt uns doch alle, wenn wir einkaufen gehen. Weißt du? Dass man da lange stehen muss. Aber, weißt du, was dann passiert? Die jungen Leute, die an der Kasse sitzen, sagen sich dann auch irrschen. Weil, weißt du was, wenn ich da jedes Mal so angeplögt werde, dann habe ich keinen Bock mehr auf den Job. Dann suche ich mir was anderes. Weißt du? Mal ein bisschen Respekt vor den Berufen haben, weißt du? Und da, so ein alter Sack, da sagt sich, wie ich, wie ich, wenn ich nicht bedient werde, dann hat das ja alles keinen Sinn. Dann gehe ich. Weißt du? Da hast du nur noch gemerkt, die anderen Leute in der Schlange haben alle den Kopf geschüttelt, weißt du? Wegen so alten dummen Sack. Weißt du? Die Kleine kann ja auch nicht dafür. Die kann, die, die muss es halt Learning by Doing machen. Weißt du? Und da kommt so ein alter Sack. Ich meine mich kurz auch an, wenn ich an der Kasse stehe, weißt du? Aber wenn da so ein alter Penner kommt, weißt du, da gehört der Eiken schon ins Heim. Ja? Da kann er schwindeln lassen und alles Mögliche wird bedient, ne? Aber wenn er keine Geduld mehr hat zum Einkaufen, was will er noch, was will er mit seiner Zeit großartig anfangen? Sind doch immer die, die am meisten Zeit haben, die sagen, dass sie keine Zeit haben. Wenn andere Leute so sich gerade in den neuen Job reinfitzen, da kann man den Leuten doch mal ein bisschen helfen, indem er auch mal vielleicht lächeln da lässt an der Kasse. Weißt du? Und nicht hier, äh, ich lass jetzt meine Gelumpi hier liegen, ich soll dir so wegräumen. Ich stelle mich doch jetzt nicht an die andere Kasse an. Der hätte ja auch dort warten können, an der Azubi-Kasse, ne? Hätte vielleicht zwei Minuten länger gedauert. Na mein Gott, hast du denn so wichtiges vor? Am Nachmittag, 17.30 Uhr, meine Fresse, die tun immer so, als ob sie, oh, ganz schnell und ganz, oh, Mensch, dann nimmt ihr Zeit zum Einkaufen, da sucht ihr einen Tag, wo du mal hier eine halbe Stunde Zeit hast. Ist doch keine Ausrede. Ne, ich hab da, ich hab da kein Verständnis dafür, weißt du? Aber das sind, das sind genau solche Ningeltrien, ne? Solche Mimimi-Typen, ne? Wenn es nicht nach denen ihren Kopf geht, was nicht so läuft, wie die es wollen. Und Örchen wollen 80ern hängen geblieben. Ich geh jetzt in die H. Oh! Vielleicht haben sie Eier, vielleicht nicht. Und dann atme ich draußen den frischen Duft von Kohlekraftwerkabgasen ein. Der erschien ist in die Leute. So, los geht's! Ui, da brennt! Er ist down. Das ist ja fett. Ups! Alter! Also, das... Also, abgesehen von dieser Matheaufgabe, ne, die komplett für den Arsch ist, das... Ist mega heftig. Yay, wir können die Bots schneller ausknipsen. Okay, also wir brauchen zwei Schuss. Statt 60. Oder 70. Wir brauchen zwei Schuss bei 0,01 Einstellung. Wie gesagt, ihr könnt jetzt einstellen, wie schnell ihr die Bots beschädigt. Und, äh... Auch wenn da steht, bei Gamepires, ein kleiner Hotfix. Das ist ein richtig großes Gerät. Also, das ist ein richtig geiler Patch. Da haben viele drauf gewartet. Ja, jetzt müssen wir trotzdem wegen die Puppies aufpassen. Ne? Haben sehr viele drauf gewartet. Äh... Weil viele kriegen halt die Bots nicht kaputt. Das ist auch sehr schwer. Ne? Und jetzt kann man die Bots endlich, endlich, so einstellen, dass es eben nicht frustrierend ist, ne? Dass man auch eine Chance hat, solche... Solche Spots zu clearn. Und die Bots haben ja meistens auch noch über irgendwelche lustigen Sachen bei sich, ne? Ich nehm das jetzt nicht mit, ne? Weil ich hab mir ja das jetzt quasi ercheatet. Die Waffe. Aber ich glaube, wir hätten auch mit einem normalen Gewehr arbeiten können. Guck hier, ne? Dann siehst du hier, die haben immer ganz schöne Sachen dabei. Öffnet alle Türen und Bunker C1. Ja. Na Gott, ich und Granatenscheiße. Du blöde Kuh! Wir sind tot. Wir sind tot. Scheiße. Wir machen jetzt die zufälligen Respawn, ja? Ich lass die dann noch leaschen, die Knarre und so, das war eh gespawned. Pistole, gut, ist weg. Scheißegal. Komm, rein ins Abenteuer. Rein ins Abenteuer. So, okay. Also, wir können die Sentries einstellen. Find ich schon mega nice. Aber natürlich werde ich die auch ein bisschen anpassen müssen, ne? Also, auf jeden Fall möchte ich, dass die schon ein bisschen mehr Schaden machen. Beziehungsweise mehr Schaden aushalten, ne? Das war schon ein bisschen zu schnell. Aber, ne? So kann man sich dann höher arbeiten. Also, 1.0 ist dann so standardmäßig, ne? Da brauchst du dann wirklich wahrscheinlich die 70, 60, 70, 50 Schuss, wie auch immer. Allerdings, was mit den anderen Einstellungen hier war, keine Ahnung. Das werde ich jetzt noch rauskriegen. Auf jeden Fall, ich darf es nicht vergessen hier. So war Einstellung. Also, wie gesagt, wenn ihr die die Sentries einstellen wollt, wie viel Schaden die aushalten. Hier, Sentry Health Multiplier. Ich glaube, wir machen es mal auf 0,0. Ne, 0,5 würde ich mal sagen. Da halten sie immer noch ein bisschen was aus. Ich werde das in der nächsten Zeit auch mal ein bisschen testen. Ich werde da mal sicher ein RPK und hier ein bisschen panzerbrechende Munitionen mitnehmen. Also, wenn ihr panzerbrechende Munition nehmt, geht es natürlich schneller. Wenn ihr normale Munition nehmt, dauert es dementsprechend auch länger. Ich weiß nicht, wie der Schadensmultiplikator von der panzerbrechenden zur normalen Munition ist. Inwieweit das mehr Schaden macht, das müssen wir jetzt auch mal in Ruhe testen, aber das kann ich im Laufe... Ich meine, das Spiel rennt uns ja nicht weg. Das kann ich auch so testen irgendwie mal, nebenbei und so. Geht Ding. Aber, am Ende, äh, schön, das ist... Ich bin wieder drin. Ich gebe mich aber... Ist das nicht die Fischfabrik da unten? Fisch? Ich wollte eigentlich, äh, gucken wegen... wegen Kochen. Das war ja auch noch der Punkt, ne, dass das Essen so viel Fett hat, wenn du das selber kochst und so, ne? Ja, gut. Mal sehen. Äh, auf jeden Fall, ich hab mich ja jetzt hier erstmal random runtergeklatscht. Das heißt, wir werden jetzt eigentlich, ja, wieder grundsätzliche Dinge brauchen. Ist auch mal ein schönes Abenteuer, ne? Ich mach das irgendwie gerne, ne? Also nicht im selben Sektor, sondern auch mal einfach random runterklatschen, ohne alles, ne? Gut, dass wir jetzt gestorben sind, das... Ich, wie gesagt, ne, wer mich kennt, weißt das, ne? Ich und Granaten. Die Alka hat aber keine Kraft. Und es gibt ja keine richtige Physik hier drin, weißt du? Die scheiß Granaten. Die wirfst die und dann siehst du ja, die kleben ja. Hallo, es ist eine Handgranate. Die soll doch rollen. Wenn's am Boden liegt. Die hat doch... Aber, ne, das ist... Geht nicht. Äh. Ich glaub, ich hab einen Bug. Denn, ich kann mit meinem Steinmesser nix zerteilen. Das ist... Wieso nicht? Das wäre jetzt natürlich ganz übel. Hier geht's. Aber die Büsse nicht. Geht das nur noch bei den Ganstern? Haben die das umgestellt? Kommt, das Steinmesser soll jetzt aus Kreide. Scheiße. Hä? Ich meine, was hindert mich da dran, ein paar Äste abzuschneiden, damit ich Stecker habe? Das ist ja scheiße. Ist das ein Bug? Was machen wir jetzt überhaupt? Ja, ein Seil machen wir. Das wäre ja ganz übel. Ja, also das mit dem Kochen. Ich finde das mega geil, dass man, äh, die Schwierigkeitsstufe, beziehungsweise, ja, es ist ja eigentlich so was wie eine Schwierigkeitsstufe, der Bots jetzt einstellen kann, wie viel Schaden die ertragen. Ich hätte es vielleicht noch ein bisschen besser gefunden, aber jetzt kommt wieder der Anspruch, äh, wenn man den Bots vielleicht einzelne Körperteile abschießen kann. So, jetzt müssen wir uns irgendwie mal einen Spot suchen. Der hat mich jetzt hier runtergehauen an dem Spot, wo hier nichts ist. Ich würde mal sagen, unser Ziel ist jetzt hier Richtung Westen. Hier ist, glaube ich, hier eine Fabrik oder irgendwie sowas. Norden, da müsste da Westen sein. Da sind ja auch viele, vor allen Dingen, neuere Spieler auch immer dran gescheitert und waren frustriert und haben dann vielleicht, wenn sie einen eigenen Server hatten oder halt alleine gespielt haben, haben sie die Bots halt auch abgestellt, weil du die einfach mit normalen Waffen nicht, äh, platt machen kannst. Haben die an der Weitsicht gearbeitet? Guck mal, ich kann ganz schön weit gucken, hä? Ohne, dass es irgendwie Details, so alt ist ja runterrampft. Naja, gut. Mal schauen. Das war schon die Granaten, Junge. Weißt du, der Bot macht mich nicht platz. Ich werfe, weißt du, das ist, ne? Vielleicht bekommt Benz der jetzt Granaten verboten, das werden wir mal beobachten müssen. Und da kommen wir auch zum negativen Aspekt. Äh, wenn du dir wirklich eine Waffe selber gesucht hast und dir dann die Munition bestraft hast, ne? Du bereitest dich vor, um an einem bestimmten Spot halt einen Bot platt zu machen. Und wenn du den dann platt gemacht hast, dann hast du auch richtig schönes Gefühl, dass du auch wirklich was erreicht hast, ne? Weil die, die Sentries, die sind neben Mr. Brenner ja sozusagen die schwersten Gegner hier, ne? Aber die Sentries kannst du halt platt machen, auch vorher schon, Mr. Brenner halt noch nicht. Wie gesagt, lass ja voll mit den Phönix drehen, ne? Wie willst du den platt machen? Aber so, dass man vielleicht betäuben kann oder sowas, dass er vielleicht ein, zwei Minuten lang platt ist, erst einmal, ne? Oder, dass wir den später an den Kommando, in den Kommando räumen, in den Bunkern, äh, dass man die da, dass man den da vielleicht irgendwie umprogrammieren kann. Für eine Weile, ne? Bis er sich rebooted oder irgendwie sowas. Die haben ja auch alle so einen Chip und werden ja gesteuert, ne? Das sind ja Biowaffen. Dass die sich dann irgendwann wieder resetten oder irgendwie so eine Scheiße. Also die, die Option, die Gamepile, die sind ja wirklich mannigfaltig, ne? Ich will's halt nicht so haben wie bei Resident Evil, weißt du? Wo da irgendwie aus der Mauer immer so ein dicker Dud raus bricht, den du einfach nicht besiegen kannst, den du einfach nur ein bisschen betäuben kannst, weißt du? Und der dann wieder verschwindet, ne? Das ist, das ist, ne, das, erstmal nervt das auch, ne? Also das hat mich bei Resident Evil auch immer hart genervt und das waren ja auch mehr oder weniger immer dieselben Zeitabstände, wo der dann kam und dann hat sie auch immer Triggerpunkte, wo der kam, ne? Deswegen, für mich lohnt sich das nicht, Resident Evil Spiele so gut wie sie auch manchmal sind, mehr als eh mal zu spielen. Weil du weißt ja dann schon, ah ja, jetzt kommt der um die Ecke, jetzt triggerst du das wieder und bla bla bla, weißt du? Das ist, ist, das finde ich halt blöd, dass du halt immer dieselben Triggerpunkte hast und so, das ist einfach zubrechenbar. Ich meine, du bezahlst im Grunde genommen erst nochmal 60 Euro dafür, dass du da so ein Spiel hast, mit dem du so, sagen wir mal, 15, 20 Stunden lang Spaß hast. Und danach ist aber der Gruselfaktor weg. Weil du dann schon weißt, wann, wo, wie, was passiert, ne? Ich könnte aber schon mal ein Bogen machen. Ich werde hier aber noch nicht so ganz fit, was hier mit den Büschen los ist, ne? Das ist jetzt so vertrockneter, Der ging, der Grüne dahinter, den müsste ich doch eigentlich dann auch machen können, ne? Ja, der geht. Komisch, ich weiß nicht. Waren die Büsche vorne zu groß? Das waren doch keine Bäume, das waren doch noch Büsche. Ja, jetzt haben wir hier natürlich diese Fischfabrik. Ich glaube, dass es die Fischfabrik ist. Da einen Ruckzack zu oder sowas zu finden, naja, wird schwierig. Aber wir finden bestimmt ein paar Puppies. Und aus denen lässt sich ja auch ein bisschen was kneten. Es kann sein, dass hier auch ein Sprenger ist, ne? Und da haben wir dann natürliche Problemchen, weil wir haben ja irgendwie, ne? Wir haben keine Bogen, also Bogen schon, aber keine Pfeile. Da müssten wir uns fernhalten. Also ich hab das irgendwann versucht, so ein Puppi mit dem Stein zu beschmeißen, aber das triggert den nicht zum Explodieren. Öh! Shit! Ach, zum Verbind haben wir öhnisch! Ne, knir, denk dann, du hast nicht so viel Eislauer. Die lebt ja immer noch. Jetzt hat's da aber wenig Schwein. Ja, shit. Tja, wo kriegen wir jetzt Rucksäcke her, ne? Also einer reicht, der erste Mann, ne? Oh, fuck, ein Bär! Ne, ein Wildschwein. Ach, das Stadtkind. Ein Wildschwein. Hallo, Herr Wildpick. Die blöde Kuh. Aua! Jetzt leh ich, dass ich dort hin und pennt wieder. Das blöde Vieh. Siehste, jetzt, jetzt hätten wir, ne? Was hätten wir nicht. jetzt? Scheiße! Scheiße haben wir! Hätten wir jetzt Pfeile, da könnten wir den platt machen. Da könnten wir Fleisch braten, da können wir gucken, ob das mit dem Essen geregelt ist. Jetzt haben wir hier auch noch ein Wildschwein gehabt. Och, oh, ich bin ich gesehen, dem wird das Herz schon öffnen. Aber hier, mal dann. Ja, nee, wir wollen keinen Thunfisch, wir brauchen das andere Fisch. Ich glaube, die roten waren, die wir haben wollten, ne? Genau. Komm, ja, da fressen wir gleich mal. Und noch einen. Ja, das ist jetzt ja leider ein Spot, wo es, na, warte mal, hier könnte vielleicht ein Rucksack drin sind, wo wir ganz viel Glück haben in der Tankstelle. Hier haben wir schon mal eine Hose. Das ist doch schon mal sehr nice. Guck mal, da können wir die Hose hier kaputt machen. Oh, die Bene. Ich glaube, da könnten sogar Pfeile reingehen, oder? Da passt doch eh schon Pfeile rein. Jetzt haben wir hier keinen Busch. So lange wie die humpelt, macht das eh gesinn, jetzt das Vieh zu jagen, ne? Weil wir können nicht hinterher rennen. Das Vieh rennt ja bestimmt dann weg, oder wir müssen wegrennen. Und wenn wir das nicht können, ist das übel. Eine Bauchtasche? Ne, Telefon. Doch, da ist doch eine Bauchtasche. Und ein Messerhalter. Wunderhübsch. Und Mehl. Bist du Brot backen? Vielleicht klappt das ja. Brot, 200 Gramm Fett. Ja, ne, ist klar. Und da haben wir einen kleinen Rucksack. Ja, besser wie gar nicht. So, jetzt meine kleine Schnulle. Da haben wir ein kleiner bisschen Proviant. Aber an Proviant würde ich dann doch lieber Fisch nehmen. Das ist gesünder als Chips oder Cracker oder was das heißt. Weh ist es, tut weh. Aber komm, wir holen uns das Vieh und dann braten wir uns das Fleh. Falls das Vieh überhaupt noch da oben ist. Brauchen wir erstmal ein Busch, um Pfeile zu kneten. Die Jahregrad 100%. Die Gesamtintensität 100%. Tja, wir machen keine halben Sachen. Wie mit der Granate. Ja, die Huh. Ach, die kann nicht springen. Da musst du halt fallen. Das Ganze immer. So, pass auf, jetzt machen wir uns ein paar Pfeile. Ach, jetzt haben wir wieder kein Messer. Jetzt haben wir das Messer ja nicht mehr. Jetzt müssen wir das Essen wieder wieder ein Messer machen. Jetzt müssen wir wieder hier rumlöwen. die kann ich nicht zerteilen. Die Büsche. Geht nicht. Ich weiß nicht, ob die verpackt sind, aber das sind doch eigentlich bloß Büsche. Das ist doch bescheuert. Oder brauchst du dazu größeres Messer oder was? Das geht auch nicht. Hier. Ich drücke drauf, hab das Messer in der Pfote. Ich kann das nicht zerteilen. Das ist doch plötzlich der Kackbusch. Jetzt muss ich über die halbe Map löwen, um den Busch zu finden. Wir kriegen das Vieh nicht kaputt. Wir kriegen es nicht kaputt. Guck. Weil hier die Büsche verpackt sind anscheinend. Ganz übel. Ja, wie soll ich mir Pfeile machen? Wie soll man sich hier Pfeile machen? Was denn? Dann rennen wir jetzt wieder hier über die halbe Map und dann ist das Vieh weg. Weil wir jetzt wieder keinen Busch finden, wo wir Pfeile machen können, oder was? Jetzt sind wir okay, eine Vertrocknete, ne? Das war ja klar. Zerteilen. Ich schließe, das ist doch nur ein ganz kleiner Busch. Ist verpackt. Hier, da ist vertrocknete Scheiße. Die hat vorhin funktioniert. Das ist natürlich übel, ne? Das ist ein richtiger Abfucker-Bug. Das ist ein richtiger Abfucker-Bug. Gerade wenn du neu anfängst, ne? Game Powers willst du den neuen Spieler leichter machen mit den Sentries, mit den... Ich kriege gar nichts mehr kaputt. Hä? Hä? Wieso nicht? Messer an der Pfote. Ich spiel das ja hier nicht zum ersten Mal. Ich kann mit dem Steinmesser hier... Ich weiß nicht, ob das mit anderen Messern auch so ist, aber ich... Ich kann die selber nicht mehr verteilen. Das ist ja ganz übel. Und die hümpelt auch noch. Man kommt nicht vorwärts. Erst wie Küchenmesser oder so. Hier werden doch Fische gemacht. Da müsst ihr erst wie Messer oder erst wie sowas ziehen. Ja, aber ich kann hier keine Pfeile machen. Jetzt? Das geht? Ich verstehe das nicht. Da müssen wir erst wie ein Haufen Bücher verpackt sind. Ja, klar. Ich weh, die hat Wewe am Fuß. Wenn wir durch die Gegend humbeln, ist ja klar, dass das länger dauert, bis das in der Heilung geht. Na, ich weiß nicht. Die Pfeile reichen bestimmt nicht aus. Wenn wir mal eine Strift haben wir es erledigt. durch die Pfeile. Das war schon am Verbluten. Ich weiß nicht, ne? So. Ach, jetzt durchsucht die gut das. Wieso denn? Guckst du jetzt in den Böhler? So. Wenn es jetzt das geht. Oh Mann, bist du hässlich. Kaufe dir mal neue Texturen. Ja, mit Nähzeug könnten wir uns jetzt natürlich, wir nähen mal die Haut mit, mit Nähzeug könnten wir uns jetzt natürlich auch Köscher machen. Also mit Fätschen. Ach, geht da nicht auch Angelleine oder sowas? Ich glaube ja, oder? Weil du kannst ja auch Nähzeug aus Angelleine machen. Nähzeug ist ja mal wieder so das Thema. Jetzt haben wir einen Rucksack, jetzt geht das nächste Gäge los. Nähzeug. Fätschen. Oh Gott, eh Stücke Flech. Wildschwein Torso. Na, wir nehmen mal noch ein Stück Flech mit. Das sind 10 Einheiten, aber wenn du die brätst, ist es dann bloß eh ein Stück Fleisch. Wenn hier steht 10 Einheiten dran, aber das macht gar keinen Sinn, weil du kannst das nicht irgendwie aufsplitten oder sowas. Ja, das macht keinen Sinn hier. Also du machst hier Fleisch, Fisch, Köder draus. So, jetzt haben wir, warte mal, eine Nadel können wir noch machen, falls wir Nähzeug finden, beziehungsweise Fätschen. Ja, die Abenteuer der Wednesday, ne. Ach, gucke, wir humpeln nicht mehr. Halleluja. Meine schöne Pistole ist weg, meine Knarre, meine Knarre. Batterie. Eigentlich wird ja auch langsam dunkel, ne. Sagst du nicht den Köcher, hab schon eine Macke. Na, immerhin. Ein RPK-Magazin. Das nehmen wir mit. Ich hab zwar keine RPK, aber was man nicht hat, das kann man sich ja looten. Außer Fätschen. Fätschen sind heute aus, ne. Ich lege gleich meinen ganzen Mist hier auf den Boden, ne. Ich werde das selber wegräumen. Es macht aber auch Sinn, dass hier ein Wildschwein war, weißt du. Es riecht ja nach Futter. Wildschweine sind ja, die fressen ja vieles, alles. tschüss. Hallo? So wird es ja aussehen, wenn ich auf Arbeit bin. Leer. Nicht, weil ich nicht gemacht habe, so weil ich fertig bin, ich würde dann der Ecke sitzen, mich langweilen. Ich bin einfach, ich bin schnell. Weil ich dann immer denke, ja, jetzt ist die Aufgabe fertig, kann ich jetzt heben gehen, ne. Ja, nee, darfst du natürlich dann wieder nicht. Und ich frage mich, wieso nicht, macht gar kein Sinn. Ich bin fertig, dann sitzt du einfach bloß blöde rum, stundenlang. Dafür kriegst du Geld. Dann schick mich doch heben. Schick mir das Geld heben. Und so. Rum sitzt du ganz schön heben, muss ich zur Arbeit kommen. Ja, schneide mal das Rohrstück, das Schnüffelstück, schneide es mal in ein mundgerechtes Stück, mache ich, und dann, ja, dann, wenn du fertig bist, kannst du dich erst einmal hinsetzen. Na schön, ganz schön heben. Warum? Ja, 8 Stunden Arbeitstag, macht gar kein Sinn. Ja, nee, wir haben doch jetzt, haben wir noch Schmerztabletten eingesteckt? Ja, da. Aber nehmen wir die, da haben wir mehr drinnen. Sehr. Dann humpeln wir nicht mehr so viel. So, hier haben wir, gut. Ich kann das nicht zerteilen. Selbst wenn ich jetzt dieses Messer nehme. Das ist ja eigentlich, das ist ja hier so ein Erkunden, heißt das. Google Übersetzer. Das ist ein Messer für die Wildnis. Ich kenne solche Messer. Hab selber eins. Damit kannst du im Grunde genommen, wenn du genug Zeit hast, einen Baum fällen. Du brauchst halt Zeit. Das ist eine Säge auf der anderen Seite dann. Gerätigerweise kannst du mit so einem Scout-Messer sehr viel machen. Und ein kleines Büchlein stellt überhaupt vor Gehindernis da. Die guten Messer, da bezahlt sie auch gerne mal so 250 Euro, aber die sind richtig gut. Die kannst du auch, weißt du, wenn du einen dicken Ast hast, so einen fetten Klotz, Messer drauf und dann drauf kloppen mit dem Stein oder sowas. Den Messer macht das überhaupt nicht aus und du zerteilst dadurch den Klotz. Du kannst es quasi auch als so eine Art kleine Axt benutzen. Die guten Messer. Die kleinen hier, die Dinger, die du bei Amazon kriegst, vergiss es. Da schneidest du immer Papier, stumpf. So, meine Schnecke, wie viel tragen wir denn rum hier? Ich will nämlich hier nicht über die ganze Bude drüber loben. Ich muss doch mal nach meinen Hühnerbeen gucken. Das ist für cool. Ich habe mir schon überlegt, ob ich mir heute Hamburger-Patties hole und mal ein Kochvideo mache, wie ich Burger mache. Die berühmten Jack-Brucks-Burger. Bacon-Cheese-Burger natürlich. Alles andere ist was für Leute, die auf Diät sind. Nur Bacon-Cheese-Burger. Was kriegst du denn jetzt überhaupt? Wie viel du trägst hier? 16 von 29. Eigentlich müsste sie da noch schwimmen können. Ja, wie ein Stein. Ja, komm vorwärts. Die bewegt sich aber heute. So. Ich kann nicht schnell schwimmen. Irgendwie haben die Haie jetzt auch eine Cooldown-Zeit. Zehn Minuten, sobald man im Wasser ist. Ab dann läuft irgendwie ein Timer. Und dann, wenn man blutet und im Wasser ist, drei Minuten bis der Hai kommt. So jedenfalls die Standard-Einstellung. Also man ist im Wasser, im Tiefen. Und dann hat man, läuft ein Timer, zehn Minuten, und dann kommt der Hai. Vorher hat das ein paar Sekunden gedauert, ne? Wenn jetzt hier in der kleinen Lagune kommt kein Hai, aber das können wir ja auch mal testen. Ich suche ja immer nach irgendwelchen Ausreden, die auszuziehen. Da sind wir doch nicht pingelig, ne? Oh, gucke, äh, Quatt. Aber das nützt uns ja nicht. Da fehlt ja wieder alles. Eine Batterie ist drinne und ein bisschen Sprit ist drinne, aber die Reifen fehlen. Die Reifen sind übelst selten, hab ich mal so gemerkt, ne? Aber was hier gerade abgeht, hier, ne, Messer an der Pfote und drücke F. Normalerweise, ne, zerteilen. Macht er nicht. Macht die nicht. Aber hier, ich glaube, die Dinger, die macht's, ja? Die verdurten Teile. Vielleicht ist es nur die Art Busch, die hier gerade verpackt ist, ne? Ich denke mal, da werden sie in den nächsten Tagen auf jeden Fall noch Hotfix rausklatschen müssen, ne? Das ist ja richtig übel. Ich würde es ja verstehen, wenn das bei den kleinen Steinmessern so ist, weißt du? Dass die halt nicht so viel so scharf sind, dass sie halt solche größeren, dickeren Bücher kaputt machen können. Aber wir haben doch hier Scoutmesser. Damit müsste das doch eigentlich nicht gehen. Doch das ist doch eigentlich gar kein Problem sein. Überknie-Stiefel. 9, 80 Prozent. Oh mein Gott. Die sieht aus wie so eine Roulade. Ne, das ist, das sieht so nütig aus. Ich will jetzt natürlich nicht diesen Berufsstand der Prostituierten runterziehen, ne? Aber die Prostituierten wissen ja selber, wie sie rumlöwen. Und das hat ja auch nicht mit dem Beruf zu tun, sondern einfach nur mit der Optik. Das sieht einfach scheiße aus. Ich löw auch manchmal scheiße rum. Heute zum Beispiel. Oh, sind für so fünf Minuten rum. Alle fünf Minuten kräht meine Katze rum. Ich weiß nicht, was die hat heute. Oh ja. Guck hier, nichts in der Nähe. Die hat mich ja wirklich sehr gut runtergeworfen, mit der blöde Kuh. Als ob du mit High Heels so schnell rennen kannst. Das kannst du mir doch nicht erzählen. Die Stiefel. Ne, ich komm damit nicht klar. Ich sag mal so, du kannst nicht mal als Gag hier solche Botten anziehen, ne? Aber durch die Wildnis zu rennen mit High Heels. Guck dir an, wie die läuft, ne? Da schmeißt ich gleich meine Gelübchen hier runter. Ja, kannst du alleine wegrollen. Das ist wirklich scheiße hier mit den Büschen. Warte mal, das ist ein anderer Busch. Ja, da geht der, Junge. Da geht doch nicht. Ja, normalerweise muss ich das Messer ja noch nicht mal rausnehmen, ne? Jetzt einfach hier am Busch an und dann der geht wieder. Ja, gut, die nimmt die Axt. Messer wird aber auch gehen. Versteh ich nicht? Das muss ein Bug sein. Dass da einige Büsche hier, dass man die nicht schälen kann. Versteh ich nicht. Wo wir jetzt auf jeden Fall aufpassen müssen. Viehzeug, ja? Da fällt mir ein, äh, wir müssen da doch ein bisschen was machen, weil wir haben ja zu wenig Pfeile, ne? Geht's wahrscheinlich wieder nicht. Siehste, das ist die Art von Busch. Hier gibt's ja vier, fünf verschiedene Arten von Büschen. Und dann geht das hier wieder an dem, genau. Wie viele Pfeile brauchen wir, um den Pott kaputt zu machen? Ja, jetzt bestimmt ein bisschen mehr, ne? Ich habe die, ich habe das ja wieder hochgestellt, ne? Ich habe gestern gesehen, die Fußchirurgen, ja? Da war eine Frau, die hatte irgendwie so überstehend einen kleinen Zeh und da konnte die keine Highheels tragen. Und dann haben sie da den Zeh irgendwie zurecht getrümmert. Die arbeiten ja immer sehr brutal an den Füßen. Ob ich das Oma geguckt hat, wie sie den Nägel immer so rausziehen und so, den Zeh-Nägel, ja? Richtig schön runter mit der Spachtel und so unter den Zeh-Nagel. Ja, da rollen sich, ne? Rollen sich eben schon die Zeh-Nägel von Alene auf, wenn man das so schon Alene erzählt, ne? Ja, und da wurde die dann fertig operiert. Die Zeh wurde ja zurecht getrümmert und dann hat sie als erstes Highheels angezogen. Aber jeder Arzt, der irgendwas mit Füßen zu tun hat, sagt doch, dass diese Schuhe deine Füße kaputt machen. Und das ist ja nun mal so. Nicht nur die Füße, sondern du kannst dann auch Rücken kriegen und Bandscheibe, ja? Weil du dich auf solchen Stelzen ganz anders bewegst, ne? Du verlagerst dein Gewicht ganz anders und sowas. Und abgesehen davon, dass deine Zehen ja zusammengeknotet sind, da in so in diesen Highheels da vorne drinnen, ja? Das ist natürlich auch ungesund. Ja? Und das kann später auch zu Rückenproblemen führen. Möchte man gar nicht mähen, aber das gehört alles zusammen. Weil du dich dadurch unnatürlich bewegst. Und mal ganz ehrlich, also wenn ich das sehe von hinten, ja? Wenn Frauen mit Highheels vor mir laufen, das sieht für mich aus, wie ein schwangerer Affe, der gerade epileptischen Anfall gekriegt hat. das sieht so unnatürlich aus, weißt du? Die wackeln ja dann nicht nur mit dem Arsch, sondern mit der gesamten Hüfte. Der ganze Unterkörper wird da hin und her geschlenkert, ja? Wie ein LKW, der hat die Kontrolle über sich verloren hat. Das ist für mich nicht attraktiv. Wir hatten lieber eine Frau hier mit Sportschuhen oder sowas, weißt du? Da bewegen sich die Beine noch normal, zum Rücken hoch und da wackelt halt bloß der Hintern hin und her. So, so muss das, das ist normal. Aber nicht die Highheels und sowas, ne. Ich war eh mal mit einer Freundin unterwegs und wir mussten rennen, weil die Bahn kam und die ist aufs Maul gefallen, weil sie solche Potschen anhatte. Da musste ich die auch noch vom Pflaster, vom Straßenpflaster aufheben, aufkratzen. Die lag da, hat blöde gelacht, dann haben wir die Bahn verpasst. Ich hätte die auch hinter mir her schleifen können. Weißt du? Ach, das ist ein Gemäre dann immer, du wirst dich, Frauen mit Highheels, die sind ein Kostenfaktor. Quatsch, ein Zeitfaktor. Also sie kosten Zeit, so meine ich das. Kostenfaktor kann los sind, das weißt du ja nicht. Aber auf jeden Fall ein Zeitfaktor. Die klößen sich aus, die können sich aus der Hefe. Du kannst mit denen auch nicht anfangen. Weißt du, ich bin ja so ein Typ, ich renne ja hier gerne durch den Wald und sowas, ne. Und mit so einer E-T-P-T-Mummel, da rennst du halt durch ein, ach, ach, hier ist Schlamm. Nee, 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 nee. Ach, nee, bitte. Ich, 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 solche Frauen, weißt du, das ist, nee. Dann lieber Frauen hier in Jogginghosen und Dornschuhen. Das finde ich tausend mal attraktiver. Ist so. Das sind so wenig Puppies, hab ich mal gemerkt. Aber ja, die haben mir wieder erst mal so mit den Puppies gemacht. Ja, harte und so, harte, harte. Das sind wie Leute, die elf sagen, statt elf. Weißt du, und dann regt man sich über das, über das Sachsen öffne. Aber hier, elf. Ne, mit Ö, elf. Das heißt elf. Und ich elf. Oh, Schleifstein. Mit Brückelisam. Was wollen wir so, Schleifstein? Oh ja, guck, ich will uns ab. Scheiße, mein Schwert ist ja öh weg. Nö. Ö, Stiefel. Oh, guck, geht dir das an, die Pötchen. Um 80%. Komm, die nehmen wir hier gelb. Wir laufen jetzt sowieso schon rum, wie so ein Faschingsclown. Oh, Trauben. Trauben. Leider noch nicht in dem Zustand, wie sie mir munden. Vergehrt. Nur, wenn sie verkehrt sind. Sind sie richtig. Wenn sie verkehrt sind. Komm, ich hab's versucht, ne. Was? Mehr kann ich nicht. Mehr geben. Das ist das Niveau. Und so. Ach, siehste, Fleesch. Ach, ich quatsche, ich quatsche. Wir wollten noch mal gucken wegen Fleesch, wisst ihr. Ich renne hier. Ich hab mir das in der letzten Zeit angewöhnt. Äh. 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 Himbeerköp. Äh. 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 Mein Gott. Das war ganz ruhig, die hast du kurz gehört. Keine Puppies. Ja. Hier, wir haben eine Messer. Eine 73. Wir nehmen jetzt mit die Küchenmesser. Und so. Und jetzt, warte mal. 17. 20. Nee, wir nehmen die Streifbeene. Da ist mehr. Haben wir mehr davon. Mal einen fetten Rucksack. Oh, den Möppi beim Töffel. Hey. Och, guck, die haben eh 90%. Na, da fällt doch die Wahl leicht. Och, wir laufen so hässlich rum. Aber hauptsache nicht mal die... Ach. Alles ist attraktiver. Ich weiß, du fühlst dich überhaupt gar nicht frisch. Ja, peinlich, da geht es schon gar nicht mehr. So. Wollt mal? Flech. Jetzt rennst du hier los mit deinen Möppi-Banddöffeln. Oh mein Gott. So, jetzt gucken wir mal, ob wir hier einen Strauch finden, den wir zerteilen können. Nö. 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 Doch nicht. Ach, das ist ja wirklich krank. Ja, weißt du, komm, wir machen es den Spielern, den neuen Spielern, ein bisschen leicht, weißt du, wir lassen die das einstellen, wie viel Schaden die Mechs machen. Ja, und dann? Dann musst du ja erst mal quer über der halbe Map, um den Busch zu suchen, den du kaputt machen kannst. Das ist ja Quatsch. Glücklich, der große Busch geht. So, Feuer anzünden. Ja, Salz und so ein Schi-Ski haben wir natürlich nicht mit. So, ein Fleischspieß. Und dann haben wir ja hier den Fleisch. Können wir das doppelt machen oder müssen wir das noch mal neu machen? Ne, das geht so. So, blub und blub. 20 Minuten. So, meine Schnecke, hier ist warm. Pass öff, ich setze dich jetzt hin und gucke mal nach meinem Hühnchen. Ich lasse das mal hier löwen, ich spiele vor, keine Angst. Nicht, dass jetzt hier ein Wölf kommt, ich kenne das doch. Noch sowas? Eckerhardt! Ja, warte los, Schläf! Sag mal, schlaft ihr da oben? Seht zu, dass die Sachen hier hochkommen. Ach so, ich hatte ja noch was vorher. So, das Hühnchen, Hund vor sich hin. Ich meine, wir können es ja auch blutig essen. Weißt du? Es ist ja Wildschwein, ne? Das schmeckt blutig, vielleicht nicht so ganz, ne? Hm, Wildschweingulasch, das könnte ich mal wieder fressen. Das nervt mich jetzt ja. Wieso muss immer irgendwas sein? Ja, ich kann das nicht zerteilen. Vielleicht brauchst du ne Axt. Ich hab ja ne Axt. Ich Idiot. Ich hab ne Axt. Aber da kann ich auch nicht zerteilen. Wieso geht das nicht? In diesem Spiel geht das? Jetzt geht's! Hä? Also wenn ich die Axt drinne lasse und geh auf zerteilen. Wollen die mich verarschen? Jetzt geh ich mal hier. Nimm mal die Axt weg. Jetzt geht's nicht. Ich drücke drauf. Man sieht's ja. Es wird kurz ausgeblendet, das mit dem Zerteilen. Ich nehm die Axt raus. Geht auch nicht. Jetzt klopp ich hier drauf. Jetzt geht's auch nicht. Ist doch derselbe Buch wie hier drüben. Würstig gekocht. Dann geht's ja. Fleischspieße, okay. Flüssigkeit haben wir. Jetzt sieht man's wieder nicht. Geh doch mal weg, du Blunser. Das sieht man mir noch nicht, oder? Mein Gott! Na mein Gott, wie klein musst du mich denn hier noch machen? Da! Du Honk! Fleischspieße! 45 Gramm Fett? Das ist schon ganz schön viel. Hallo, das ist ein mageres Wildschwein. 360 Gramm Proteine. Okay, 300 Gramm Fleisch und 45 Gramm davon sind Fett. Ah ja. Aber wo ist mal jetzt weder Spieße hin? Ach, da! Fressen. Ah, gucken wir mal. Jetzt fasst das nicht wieder zusammen. Das ist ja eigentlich ein und dasselbe zu essen. Ich müsste das eigentlich nicht zusammenfassen. Zu einer Mahlzeit. Naja gut, 45 Gramm Fett. Gut, das haben sie ein bisschen reduziert. Viel Protein. Ja, ist okay. Jetzt haben wir trotzdem insgesamt bei 600 Gramm 90 Gramm Fett. Geht. Immerhin haben sie ein bisschen reduziert. Das heißt also, ich muss das jetzt auch noch mal ein bisschen testen. Das kann nur sein hier bei Brot oder sowas. Bei Sachen wo du jetzt eigentlich denkst, hm, wo kommt das Fett her. Wenn ich jetzt zum Beispiel Pilze brate, da ist ja auch ein gewisser Anteil Fett drin. Aber auch nur, wenn du das zum Beispiel in Butter schwenkst oder sowas. Dann hast du natürlich richtig fettige Pilze. Du bratest ja aber nicht mit Butter oder Schmalz oder sowas. Du bratest ja hier im Grunde genommen. Schmeißt das Essen bloß in die trockene Pfanne. Ist jetzt auch nicht so geil. Theoretisch müsstest du jedes Mal, wenn du hier irgendwas brätst, ähm, bräuchtest du eigentlich jedes Mal Butter oder hier halt das Öl, was es hier auch noch gibt, ne? Das müsstest du theoretischerweise auch noch mit reinhauen. Ich bin echt gespannt. Ich will jetzt heute unbedingt noch gucken, ob meine Glumpe noch da liegt, ne? Weil wir sind jetzt schon sehr lange unterwegs und nach einer gewissen Zeit spawnt das ja. Ich würde mal sagen, ich mache Cut, laufe weiter. Wenn irgendwas passiert, hole ich euch natürlich sofort wieder rein. So, hier sind wir schon, in meine Hut. Hühnchen hab ich im Ofen ausgemacht. Also ich hatte es mal außerhalb des Ofens gemacht, ne? Fühlt sich fast an wie eine Fernbedienung, ne? Aber der Knopf ist ja neulich draußen. Im Ofen, ne? Was redet ich von Stumpfsinn rum? Pferd hab ich gerade gehört. Wie viel sind ich weiter? Ich wollte es bloß erwähnen. Das bringt uns alles nichts, aber wir müssen jetzt bloß über den Hügel drüber und dann sind wir da, ne? Dann sind wir an unserem Sterbespot, ne? Immer mal rechts und links über die Straße gucken. Ne, erst links, dann rechts, ja. Im Kindergarten fünf Jahre alt gewesen und ich durfte alleine nach Hause. Ist ja heutzutage völlig utopisch, ne? Heute hier Elterntaxis und sowas, ne? Kind in Watte packen und sowas. Aber früher, ne? Ach was, der ist fünf, da muss das langsam mal lernen, ne? Und es gab eine schöne Hauptstraße in der Nähe vom Kindergarten, ne? Und die Kindergärtnerin, ne? Ich pack so mein Ränzchen oder was auch immer ich dabei hatte, das weiß ich gar nicht mehr. Und die Kindergärtnerin fasst mich an die Schulter, guckt mich an und sagt, wenn du über die Straße gehst, wo guckst du zuerst hin? Äh, rechts. Und die Kindergärtnerin, ja? Und ich so, ey ne, ich bin natürlich links. Okay, alles klar, tschüss. Ich wusste nicht, wo, was nu? Ne? Und woher weiß ich das, dass von links das Auto zuerst kommt, ne? Ich hab dieses Prinzip da noch nicht so ganz begriffen, dass wir ja nicht in England sind. Aber ich, äh, ich bin souverän nach Hause gelogen, ne? Luftlinie sind das ungefähr so 500 Meter gewesen, so, ne? Aber es hat funktioniert, ne? In dem Viertel kannte jeder jeden und alles, ne? Wie auf dem Dorf, ja? So Viertel, ne? Stadtviertel sind ja auch sowas wie kleine Dörfchen, ja? Also eigentlich das, wo man dann auch immer von liest, ne? Irgendwie einer im Dorf, ne? Ist ja ein Killer, ne? Und ah, ja, er war ja immer so nett und unauffällig und so und hat auch immer gegrüßt, ne? Aber hat auch immer brav angestanden bei Netto an der Kasse, hat sich nie aufgeregt, ne? Und, äh, Azubine, da grad mal mit der Kasse nicht klar kam oder sowas, ne? Er war immer ganz nett und sowas, ne? Ganz unauffällig. Das sind die Schlimmsten, ja? So geistig zurückgebliebenen mit, mit 80er Jahre. Jeansjacke. Weißt du? Gering. Ungefährlich, ne? Große Fresse nicht dahinter, ne? Und immer schön aufregen und, äh, rumtränen, ne? Hunde, die bellen beißen, bekanntlich nicht, ne? Es sind die ruhigen, ja? Die so auffällig sind, ne? Ich meine, du, du siehst jemanden am Gesicht da nicht an. Aber, ne? Gut, meine Mutter hat immer, wenn ich irgendwie neue Freunde anbrachte, ne? Immer meine Mutter, na, hallo, na, wer bist du? Ich bin der Mike. Ja? Und dann, ah, hier, guck, da habt ihr ein Stück Kuchen und sowas, ne? Und dann, wo der Mike dann weg war, oh, der Typ hat eine richtige Verbrecherfresse. Ich so, Mutti. Ich lass mich doch nicht beeinflussen von solchen Leuten. Guck, die Bots sind wieder da. Woher denn die? Woher, woher die? Jetzt brauchen wir ja eh nicht mehr, ja? Scheiße. Ach, guck, ne, mein Schwert hab ich ja noch hier. Scheiße. Ich hab ja keine Pistole, ne? Ich hab ja bloß die acht Schuss. Also, wenn jetzt hier Puppi-Alarm ist, ne? Dann wird's natürlich ganz übel. Zum Glück bin ich ja relativ weit vorne verreckt, ne? In der Mauer. Ich dachte ja, der ist rückwärts. Hallo, ich hab dich vor dem Tod gemacht, du Plunze. Zum Glück bin ich jetzt hier weit. Jetzt hier unten. Wirst du, wo hier war das doch, ne? In der Mauer. Vergess ich manchmal, ne? Ich geh so an der Seite zu dir, ne? Die sehen dich schneller als du denkst. Das war doch hier irgendein Wille, ne? Da ist irgendein Wille. Jetzt kommen die Puppies. Jetzt kommen die Drohnen. Was haben wir denn hier schön? Ach, bei HSF 19 Magazin, schön. Meine Pistole hab ich gerettet, immerhin. Du musst die aber auch ausrüsten, Schnulli. Aber die ganzen anderen Magazin sind weg und alles. Ah, Walzen. Und die Metallsäge. Auch bei Völkner bestellt. Immerhin die Knarre. Ja, der Rest ist weg. Ja, der Rest ist scheiß weg. Ja, guuuuut. Es ist eh dunkel geworden. Ah! Weg hier, Schnecke. Jetzt ist der ganze Scheiß schon wieder weg. Wir verabschaben uns, gar schab. Es ist ganz schön schnell dunkel geworden jetzt, ne? Die letzten Sonnenstrahlen haben der Rückführung der Pistole gegolten. Ansonsten, so, der Rest ist weg. Schade. Guck, guck da, die ganzen Schnullen. Da kommen sie doch, die ganzen Puppies. Das ist ja jetzt also, da er richtig physikal korrekt weggefettet wurde. Na, jetzt nicht mehr. Scheiße. Mach nur was. Ach doch, der Böken, ne? Den brauchen wir jetzt nicht mehr. Jut! Ab nach Hause! Das war jetzt auch schon wieder viel Gerenne, was wir jetzt hier mitgemacht haben. Also nicht wir. Schneckschnieren mit ihren Wuppi-Band-Döffeln. Ist wie weil ein Kunterkinde durch den Wald gehorscht. Gehorscht. Trink, meine Schnecke. So, essen. Funktioniert wird er. Also damit kann man arbeiten. Das ist auch wichtig gewesen, dass sie das so schnell wie möglich gefixt haben. Ich weiß, Gameplayers hat ja auch noch andere Sachen zu tun. Ne? Weil die wollen ja auch irgendwann Fertsch werden. Die haben jetzt schon eh mal verschoben, die 1.0. Kann sein, wenn jetzt hier noch mehr Bugs kommen oder sowas, ne? Dass sie das vielleicht noch einmal verschieben müssen, weil sie... Also die haben ja jetzt schon ein ganzes Team abgestellt, das nur sich um die Bugs kümmert, ne? Und davon gibt es ja nun mal einige. Und dann hast du wieder ein anderes Team, das sich darum kümmert, dass neue Sachen reinkommen. Oder Sachen halt aufpoliert werden, ne? Grafik und sowas. Oder Animation und so, ne? Und dann muss das alles noch gebalanced werden. Also das dauert alles schon so seine Zeit, ne? Und das ist ja kein großes Studio, ne? Die brauchen halt schon da ein bisschen Zeit. Und wenn die halt neue Hotfixes rausbringen, wo wieder andere Bugs dann drin sind, dann dauert es halt auch wieder, ne? Ja, es ist halt nicht so leicht, ne? Man steckt ja nicht drin. Apropos drinstecken. Siehe die Botten aus, ihr Mädchen, ihr 9% Weihnachtspantoffen. Ich sag immer, die Mopi schuhe. Wirklich, wie schön sie die da oben hingestellt hat, ne? Die Gemäude, die funktioniert sowieso nicht, ne? Die kannst du nicht aufmachen oder was reinlagern oder sowas. Oder? Nee, natürlich nicht. Kabinett. Ja. Was riecht denn das? Schön würzig. Süffig würzig. Oh, nee, das war ein Bier. Egal. Ich sag mal, danke fürs Zugucken. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Musik 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 Musik